hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video zu teil 5 der weihnachtswinter dezember reihe heute ist richtig schönes wetter heute scheint die sonne wir sind jetzt auf dem weg ins stall heute wird die jenny den catchy ohne sattel reiten dann nehme ich euch ein bisschen mit vielleicht darf ich auch mal kurz drauf ohne sattel reiten dann zeige ich euch meine neuen stiefel die nämlich die woche angekommen sind und dann zeigen wir euch noch was wir noch neues haben vielleicht wissen es einige schon beziehungsweise ja von jenny's instagram seite oder wenn ihr jetzt das video seht dann werdet ihr es auf jeden fall auch sehen und dann nehmen wir euch einfach wieder ein bisschen mit und sehen uns gleich im stall so dass wir sind übrigens meine neuen stiefel modell schreibe ich euch hier hin ich habe jetzt hier mal ein bisschen umgebaut und mir ein bisschen platz verschaffen man erkennt fast gar nichts jetzt passen hier meine neuen stiefel hin recht sind meine ganz alten die habe ich bestimmt schon auch lass mich lügen 56 jahre aber die funktionieren immer noch ganz gut die nämlich ganz selten mal ja die stehen jetzt da und ansonsten hat sich in dem schrank eigentlich nichts groß geändert den kennt er sind ein paar sachen kleinigkeiten dazugekommen wie jetzt möchte hier die gamaschen von der jenny von der festhalle und ein paar inlays wie genau das gleiche eigentlich auch alles wie beim alten wir wollen euch auch unbedingt bald mal ein schabracken video drehen wo wir alle schabracken vorstellen aber das dauert noch ein bisschen halt mit hals regen und ich darf auch hochmotiviert so wir gehen jetzt in die halle ich bin hier schon bepackt mit der kamera und ja dann wird ein bisschen ohne sattel geritten ach so ohne sattel mit halsring und ich darf bestimmt auch mal kurz drauf trockenreiten ja nur kurz ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 So, die Jenny ist jetzt geritten. Ich darf trocken reiten. Ich trau mich doch nicht mehr als trocken reiten ohne Sattel. Wir haben jetzt auch eine Trense drauf, weil der ein bisschen abgeschossen ist. Einfach zur Sicherheit. Ich trau mich doch nicht mehr. Ich trau mich doch nicht mehr. Ich trau mich doch nicht mehr. wir sind jetzt fertig wir haben jetzt auch gemistet futter gemacht und holen die jungs jetzt von der winterkoppel hier stehen sie noch und dann fahren wir auch wieder heim und lassen den tag ausklingen und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen tag und hoffen das video hat euch gefallen und ich sage dann mal bis zum nächsten video und